Was geht ab, YouTube? Willkommen bei einem neuen Video und zwar sind wir heute bei Legends. Ich bin spät dran, ich weiß, es ist egal, ich hatte nicht so wirklich Bock auf Legends und ich hatte auch alles, ich habe mich kaum eingeloggt, also ein bisschen eingeloggt und ein bisschen gespart, so viele CC haben wir nicht, aber wir haben nur noch 9 Stunden, dann geht der Banner offline und ja, let's go, lass mal rein da gucken, ob jetzt Gohan uns skippt oder nicht, ich weiß nicht, also ich hatte jetzt auf jeden Fall Bock wegen Gohan reinzugehen, Download braucht ihr nicht zu gucken, ich habe nichts runtergebracht, es müsste bei jedem Multi-Download kommen, wird schlecht vorbereitet, aber das heißt nichts mit den Downloads bei mir. Ähm, ja, was heißt das? Und zwar, ich hoffe, wenn wir jetzt Gohan oder Kiko, keine Ahnung, jemand ziehen, dann, ähm, ja, shit, äh, dann hat mich Legends vielleicht wieder. Bis jetzt sind das nur Dailies und, äh, ja, wenn überhaupt Dailies, ne, haben gar keinen Bock gehabt, irgendwie nach dem Chef von, ja, seit dem Chef von, ähm, äh, Uigoku, ne, äh, Uigoku hat mich geskippt, Alter, ich hatte 40k reingeballert, Pity nicht mitgenommen und ja, da war ich raus, ne, da hat mich komplett auseinandergenommen, das Banner. Ja, jetzt schauen wir mal, 4k ist nicht viel, ne, ich weiß jetzt nicht, äh, ich weiß nicht, ja, wie viel wir da rauskriegen könnten. Paaren haben wir ja jetzt kostenlos bekommen und an sich, äh, mal sehen, was so, was so droppt. Werden schnelles, oh, da ist einer der neuen. Ah, ja, shit, nicht neu, eine, neue für mich. Hö, Legend Limit? Gohan, Schmutz. Okay, der Multi war schon besser. Oh, ein 3, okay. Okay, random as fuck, keine Ahnung, der Goku hat sich nicht gehabt, annehmen, okay. Okay, annehmen. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie viel Multis das sein sollen, aber, ähm, ja, 4k CC, besser als nix, ne. Normalerweise könnte ich noch weiter farmen, ich glaube, wir kriegen auch dadurch einlogen, 1000 CC und immer weiter und irgendwas. Das einzige Problem ist halt, ne, der Step-Up geht weg, ne, in 9 Stunden. Danach ist das Multi noch da. Die Animation droppen eigentlich, ne. Die Animation droppen eigentlich. Wie gesagt, komm, Gohan wäre krank, Gohan wäre ich krank. Da wäre ich wieder in Legends drin. Ja, shit, falscher Gohan, man. Okay, wenn der Skip-Button nicht da ist, könnten eh noch mehrere sein. Könnte, wenn er Piccolo sein könnte, war da neuer Piccolo? Ja, stimmt, Piccolo, äh, die Pan nicht, da ich die Pan ja schon hab. Also, wenn, wenn kein Skip-Button da ist, dann, dann wird weder Gohan oder, ähm, Pan. Mal sehen, ist das im Endeffekt eine Rotation, oder? Kann das sein? Mit einem Free oder was? Okay, nicht schlimm. Ah, es downloadet mal viel, aber, ja, ja, kann halt alles heißen immer noch, ne, bei mir. Ja, wie lief's bei euch. Ich hoffe, bei euch lief's bei euch gut. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht vom Movie hier, was kommt jetzt, ist von Super Super Video. Kommt, glaub ich, hier bei Legends nix mehr. Der Haupt, äh, Gohan ist ja drin, Cell Max und sowas. Das müsste ja, glaub ich, das wird nicht so schnell droppen und so. Ist jetzt aber geil, dass Legends überhaupt Gohan-Beast direkt gedroppt ist, ne? Und ich, äh, bei Lokan lässt sich noch warten. Ach, ja. Ja, sieht bis jetzt nicht so gut aus. Sieht nicht so aus, dass ich jetzt wieder zurück zu, äh, zu Legends, äh, komme. Ja, die Davies werden eh noch gemacht und sowas, aber, und? Ah, ja, gut, was da denn für den Schmutz? Okay, Skip-Button muss ich eh nicht, äh, ein bisschen spoilern, ob, ob einer von denen kommt. Und, aber jetzt, was haben wir, 1,5, ja, Ticket, was, kriegt man ein Ticket? Ich hab gar nicht mit, ich bin gar nicht auf dem Laufenden, wie der Banner so aussieht. Wie gesagt, ich wollte eigentlich, ja, Skip nicht, aber hab halt keine andere Wahl, ne? Und geh halt so viel rein, bis der Banner jetzt, äh, weg geht. Versuch kann man ja geben, kurz und knappes Video, vielleicht, vielleicht haben wir ja Glück. Ist ja auch nice, weil man, äh, viel mehr, ach, shit, das war's. Ich glaube, ich glaube, es ist doch nichts geworden. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt mehr Glück gehabt. Vielleicht habt ihr auch mehr CC gehabt. Wie gesagt, ich hab eigentlich, ja, die Dailies und so, dies und das gemacht, aber so viel konnte man auch gar nicht sparen, ne? Oh, let's go. Äh, was, Gamm 1? Okay, let's go, Gamm 1 brauch ich einen Dokan, man. Glück, Gamm 2 gehabt, ne? Aber leider hier. Und hier Gamm 1 bei Legends. Annehmen. Uh, Freezer, sieht nice aus. Aber ja, ich glaube, er wird halt nix. Ja, Gon Biss, ey, gegen den PvP hab ich mal, jetzt paar Mal gespielt. Boah, Pan ist so nervig, ne? Pan ist ja extrem nervig. Öl, was? Direkt für 6 Sterne? Pan ist ja extrem nervig, ne? Aber ja gut, warum? Ist so, ne? Die Meta jetzt mit denen. Wird schon abgehen. Na, vielleicht könnt ihr mich für Gamm 1 spielen. Guck mal, ich werde Gamm 1 Main einfach. Gratis. Ach stimmt, wir haben noch Gratis, sehr gut. Und danach noch ein 500er. Okay, let's go. Komm, gönn doch mal. Gönn wenigstens Piccolo. Von Piccolo ist nicht so, ist auch jetzt nicht so geil, oder? Ich hab mir noch gar nicht so viel zu dem angeguckt. Obwohl, spielen schon viele, ne? Oh, warte, das heißt einer der neuen, oder? Komm schon. Komm schon. Er konnte aber auch Pan sein, ne? Ach, scheiß drauf, Mann. Komm, einer. Gorn wär brutal. Gorn wär brutal. Mal sehen. Wenn jetzt ein Mitzki-Button kommt, dann ist es Pan. Shit. Nein, es ist Pan. Oh, doch nicht. Ich spoilere mich schon selber. So, wer ist es? Nein, es ist wirklich Pan. Ja, scheiße, Mann. Dieses Spoiler. Kacke. Schade, Mann. Nein. Ja, Piccolo. Ja, ist okay. Nehmen wir an, Pan und Piccolo. Nein, bis gut. Und skippt uns wieder. Ja, scheiße. Muss halt warten, bis der in Dokan kommt. Shit. Okay, komm, auch ein 500er haben wir. Mal sehen. Mal sehen. Haben wir Glück? Donut. Ja, wie immer. Nix Besonderes, nix Besonderes. Komm, gönnen einen, ein, äh, ein wenigstens. Ja, gut, wenigstens Piccolo jetzt, ne? Aber ohne Gohan macht es keinen Spaß, Mann. Ich bin raus. Leider, leider, Legends hat mich wieder geskippt. Aber man kann annehmen, ne? Manchmal hat man ja Glück und so. Manchmal kann man ja Glück haben. Wer weiß. Ja, gut, damit bin ich, glaube ich, raus. Lief halt nicht so geil. Ich hoffe, er hat wirklich mehr Glück als ich. Aber wir haben Pan und Piccolo, ja. Annehmen. Annehmen. Obwohl Pan, hier gab es ja auch kostenlos. Warte, 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 stopp. Wir haben noch ein Ticket, oder? Wie war's? Wie war das? Tickets habe ich noch. Stimmt. Gab es noch käufliche Tickets? Ich guck dir mehr an, sonst werden die nur drangeschnitten. Aber den einen gönnen wir uns mal. Ah ja, Skidbutton. Das heißt, kann ja schon gar nicht sein, oder? Kann es auch gut sein. Aber es ist... Also Pan oder hier... Piccolo wäre halt auch nice, ne? Äh! Was für... Was für Sparking, alter. Was für Piccolo. Hier, nehmt wohl mal. Nehmt wohl mal, ne? Würde ich sagen. Ja, das war's auch schon, oder? Oder hier gibt's eine Tauschbörse? Stimmt, hatte das muss. Wir haben doch... Ein, stimmt. Einer geht's ja noch. Ja, 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 ja. So geht das. Stimmt. Einen kennen wir uns noch aus den Tickets holen. Ganz vergessen. Weil wir ja einen Durchlauf gemacht haben, ne? Okay, let's go. Komm, gönn mal was. Vielleicht haben wir ja nur Glück. Wer weiß. Vielleicht könnte es... Ach, ich will. Nee, es gibt Partners da, also... Kann's ja nicht sein. Ah, so. Soll nicht sein. Wird weiter gespart. Mal sehen, was ja noch zukommt. Ich denke, in letzter Zeit hatte ich gar kein Glück bei Legends. Aber ja, was alles. Ich hoffe, dann... Das ganze Glück geht in Dokkan rüber, ne? Dann ist es so. Und damit will Bulma verabschieden mich. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück. Haut rein. Bis nächstes Mal. Tschau, tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, 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 tschau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020